hallo schön dass du da bist top partie sitzt drinne und ich habe es schon für euch vorbereitet man muss wie immer vier teams abgeben und dann kann man auf jeden fall fünf facts gratis bekommen und die packs mache ich gleich mit euch gemeinsam auf ich hoffe wir ziehen was geiles daraus ich bin mal gespannt was ich daraus hier du kannst auch in den kommentar schauen was du gezogen hast und nicht vergessen kann aber los geht's mit top party pack nummer eins mal gucken was wir rauskriegen schon mal holland verteidiger newcastle okay keine ahnung 380er ok portman nämlich mit ist okay ein 80er so fest ist auf jeden fall selber gold und interessanten polen torwart chisney doch nicht okay weil sie nicht ist okay so interessant können wir mitnehmen silber gold bronze und sieht nach ein weiß ich nicht dann sieht nach einem bronzer aus bin mal gespannt ziehen wir unser ersten workout frankreich klaus denke ich mal ja klaus es ist klaus okay santa klaus kommt auch noch in mein team alle drei team sind selten es sieht nach goldener spieler aus gerade madrid nein ich dachte vielleicht wohl werde oder so das wäre das wäre das ding wenn mal werde gekommen wäre aber egal ist okay sein 82 also mein top party hat sich jetzt nicht so gelohnt aber sind auf jeden fall einige spieler die ich wieder für challenge benutzen kann ich hoffe du ziehst was geiles aus dem pack schreibt mir in den kommentaren und ich sage mal bis zum nächsten mal viel spaß und ciao